Was geht ab, ihr geilen Säule? Willkommen zurück zu Assassin's Creed Nexus. Wir, weiter geht's! So, gehen wir mal direkt rein in die YouTube-Party hier. Oh. Du bist zu spät, Assassine. Ich besitze den Stab des Hermes. Und die ganze Welt wird sich der Weisheit des... Hä? Was ist das jetzt? Habe ich das jetzt aus Versehen übersprungen, oder wie? Hä? Warum übersprungen? Warum? Ich wollte mir nicht einfach nur näher anschauen. Warte mal. Hier, Rauchbombe. Zack. Oh, hast gar nichts damit gerechnet, ne? Rauchbombe OP, sagst du? Zack. Bäm, bäm, in die Fretze und noch einen nah davon. Zack. Ich bin noch ausgewischen, du alte Sau. Boah. Alter. Das was hier. Schluck mal davon. Und schluck mal davon. Und nimm noch das hier. Die wehrt alles ab, die alte Nutte. Jetzt aber ausgewischen, ja. Zack. So. Bäm, 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 bäm. Schlitz und schlatsch und... Aua. Geht mich gleich. Scheiße. Die ist heftig. Okay, okay. Ach, hier. Die geht gleich weiter. Ja, ja, ja. Das war ganz schön unfair. Man, ich kann die aber auch gar nicht richtig passieren, irgendwie. Zack. Zack. Ach ja, weiß der. Zack. Rauchbombe. Unterbrochen, du alte Nutte. Zeig aus welchem Holz du geschnitzt bist. Oh, die ist... Die ist brutal. Ach, jetzt. Ach, schade. Das war nicht so cool. Ach, tsch. Die Energieinzeige schlägt aus. Da ist ein Fragment in der Nähe. Schnapp dir den Code. Platziere die Logikbombe und das war's dann schon. Ach, nee. Hier kommt doch bestimmt safe dieser Jäger, oder? Das sieht mir sehr danach aus. Das ist schön. Große Fläche und so. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Sonst ist es irgendwie noch da oben. Und... Mehr auch scheinbar nicht. Kommt man da? Nö. Man kommt da gar nicht erst nach oben. Kann man da nach oben klettern? Nö. Da waren wir da schon oben. Ich glaube, da waren wir schon oben. Und da ist einfach nur... Dieser eine Pfeil, den wir im letzten Part nicht aufgesammelt haben. Oder irgendwas anderes. Egal. Einfach hier rein. Hä? Kommt man jetzt hier zurück, oder? Ach, scheinbar. Okay. Hallo? Die Schatzkammer des Kults. Ich bin wohl nicht der Einzige, den Sie bestohlen haben. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein sammelbarer... Warte mal kurz. Erstmal... Den Timer starten. Habe ich wieder vergessen. Äh. Hallo? Was passiert hier? Okay. Darf ich nicht öffnen. Abverstanden. Alles gut. Da ist das zum Einsammeln. Kann man das hier öffnen? Nö. Hier ist sonst echt... Nix. Scheinbar nicht. Und scheinbar würde auch jetzt hier nicht dieser komische Jäger kommen. Weil dafür ist die Fläche ganz schön... Klein. Sonst ist hier echt... Nix. Öt. Äh. Äh. Ah. Ah. Okay, das war's. Ziehen wir weiter. Jo. Kehre zu Leonardo zurück. Kann man das jetzt öffnen? Nö. Sein eben nicht. Dann eben nicht. Oh. Oh. War gefälscht? Ja. Allerdings. Dann war... Das alles umsonst? Tja. Das würde ich nicht sagen. Wir haben die Stadt von Riet so befreit. Wie so oft hat uns das Schicksal zusammengeführt und es kam etwas Gutes dabei heraus. Ende gut. Alles gut. Oder, Bruder? Vielleicht hat Mario uns zugesehen. Uns beschützt. Auf Mario. Auf Mario. Schick mal noch einen Schluck. Auf Mario. Auf Mario. Auf Mario. Auf Mario. Jawohl. Wir verstehen uns, Bruder. Oh ja. Ich los mal an. Oh ja. Ich kenne nur den Kopf. Oh. Ich habe mich nicht aus Versehen jetzt so. Oder... Ah. Weiter. Ich dachte... Den habe ich aus Versehen jetzt irgendwie Schaden zugefügt mit der Flasche. Und nochmal ein bisschen... Nice. Dann ist damit entscheidend war... ...die Sache mit Ezio gelaufen, oder wie? Weil das sah mir sehr danach aus wie so ein Finale für Ezio. Oh. Das ist ein bisschen doof. Also heißt, man spielt jetzt nur noch Cassandra und Connor und dann ist das Spiel vorbei, oder wie? Oh. Oh. Sie müssten nicht menschlich aussehen. Das ist rein äußerlich. Es soll den Zielen Angst einflößen. Doch eine gute Idee. Was macht dieses Ding hier? Wenn Sie den Eindringling fassen, überladen die Jäger dessen Verbindung zum Animus, wodurch der Sehnerv und schließlich der Occipital-Lappen durchbrennt. Hatten Sie einen Grund, mich rauszuholen? Ich habe zu tun. Ich weiß Bescheid. Sabotage im Herzen von Abstergo. Die Zerstörung all meiner harten Arbeit durch die Bruderschaft. Leugnen bringt nichts. Ich beobachte Sie seit Ihrem kleinen Malheur. Was mir trotz allem nicht klar ist. Wieso? Manchmal muss man sich für eine Seite entscheiden. Sie hatten Pech. Ich habe sie reingelassen. Aber raus lasse ich sie nicht mehr. Ich beschütze Abstergo und das Projekt. Es ist nicht besser. Na gut. Vielleicht noch ein bisschen. Äh, äh, äh. Wait a second. Wir können doch darüber reden. Finden wir jetzt gegen das Ding, oder? Keine Sorge, wir haben dich. Super, hat ja auch lang genug gedauert. Sie weiß Bescheid. Du musst uns vertrauen. Wir haben Erfahrung damit. Wir können dich schützen. Apropos Bex, ist der Tarnungsalgorithmus schon bereit? Kann der mich wirklich vor Dominika verbergen? Ist Wasser nass? Natürlich kann er. Ich starte das Protokoll jetzt. Das sagst du so leicht. Ich riskiere hier meinen Hals. Basierend auf den Signalen, die du gesetzt hast, konnten wir den Großteil der restlichen Fragmente finden. Wir schicken dich hin, damit du die letzten Logikbomben anbringen kannst. Keine Daten extrahieren, nur Fragmente finden. Bomben anbringen und raus. Den Anfang macht die Schlacht von Munikia im antiken Griechenland. Der Athena Trasybodos feiert ein richtiges Comeback. Eins verbannt jetzt mit einer Armee und dir an seiner Seite. Dominika wird nie vermuten, wo oder wann du bist. Ich freue mich. Das heißt, wir haben jetzt diesen komischen Jäger am Arsch und mein Headset ist gleich leer. Sehr schön. Gut. Wie lange nehmen wir schon auf? Ach ja. Das ist ja wunderbar. Tja, was machen wir jetzt? Also, wir nehmen gerade mal fünf Minuten auf und ich habe auch vergessen, dieses Scheiß steckt da so zu starten. Fuck. Warte mal. Das ist jetzt gerade problematisch. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kriegen wir es noch hin, ein bisschen ein bisschen Power noch reinzuhauen. Ich habe auch vergessen, das umzustöpseln. Ah, fuck. Ja, das ist jetzt gerade scheiße. Warte mal, warte mal, warte mal. Was für eine Kacke. Oh, nee. Oh, scheiße. Hä? Oh, jetzt sollte ich vorgehen. So, warte mal. Ah, das ist gerade scheiße. Scheiße. Wo sind meine Controller? Da. Was sagt das Headset? Jetzt wird es geladen. Haha, toll. Wir sind bei 15%. Ich hoffe mal, das heilt es nicht durch. Ich habe jetzt gerade eben, dass der Start zum Aufladen. Ach, habe ich total verplant, ey. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir nicht einfach rausgekriegt werden. Erinnerungen starten. Ah, Mann. Das ist ärgerlich. Ich wollte jetzt eigentlich auch hier eine schöne lange Aufnahmesession machen und so. Und, äh. Headset. Fast leer. Oh, wunderbar. Na, jetzt kann ich erstmal dann eine Weile laden. Und dann erst später wieder weiter aufnehmen. Ach, das ist ja. Oh. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Siegerfee jetzt am Arsch. Das ist ja auch sehr schön. Heißt, das wird dann wahrscheinlich immer wieder auf Klappen. Aber dafür braucht er nichts. Ich muss die Ballisten im Hafen loswerden und dann die Festung sichern. Boah. Das wird ja jetzt so geil. Einfach hier rüber schwimmen, oder wie? Wahrscheinlich. Wir machen mal eben den Nitro hier rein. Und zack. Äh. Hier hochklettern, oder wo? Dann kann man hier hoch springen? Nö. Denn hier hochklettern wahrscheinlich. Genau. Hier kommt man nicht hoch. Dafür da. Äh. Wahrscheinlich so. Hier? Lang. Kein Schiff in Sicht. Äh. Oh. Da sehe ich doch was Schönes. Bleib mal bitte da. Genau da, wo du stehst. Da stehst du echt super. Jeden Tag das Gleiche. Äh. Warum gehst du denn jetzt weg? Warum? Nee. Das will ich aber nicht. Komm mal bitte nochmal hierher. Da ist nämlich ein Schiff. Das musst du dir mal angucken. Und ich will dich runterziehen. Da. Das sieht schon mal besser aus. Ich hab dein Fuß. Haha. Guten Flug. Sehr schön. Kann man hier was machen? Oh. Der nimmt so. Und? So. Komm hier. Nee. Hier könnte man runter. Hm. Aber will ich denn hier nach unten? Ist hier irgendetwas zum Einsammeln? Oder ist das einfach so ein anderer Weg? Ich glaube das ist einfach ein anderer Weg. Ah. Da haben wir doch was. So. Wer Bock hat. Kann sich auch dieses gerne durchlesen. Wenn nicht. Dann nicht. Äh. Will ich da rein? Wir können uns ja mal die Sache hier anschauen. Vielleicht ist hier ja irgendwie etwas. Nö. Vielleicht da. Oder ist da oben ne Wache? Ne. Hier ist auch nix. Da ist ne Wache. Äh. Kommen wir. Schauen uns das mal. An. Glaub ich. Oder? Kommt die hier her? Achso. Hm. Der nimmt so. Kann man den runterschubsen? Geht der vielleicht? Schade. Der nimmt so. Na gut. Sagt nicht so cool aus. Aber auch gut. Äh. Weißt du was? Wir synchronisieren einfach mal da vorne. Das könnten wir eigentlich machen. Dann könnten wir eigentlich diese paar Sachen dann einsammeln. Wieder wie an den ganzen anderen Parts. Warum hab ich denn das die ganze Zeit nicht gemacht? Verstehe ich nicht. Ach man. Machen wir ja sonst immer so. Äh. Was kommt der denn jetzt hier entlang? Und hier hoch. Jawohl. So. Und bitte synchronisieren. Also irgendwie. Das Gebiet ist ganz schön klein. Oder geht's da noch viel weiter? Ne. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Ist hier überhaupt irgendwie was zum Einsammeln? Oder Herausforderungen? Ah. Da geht's noch weiter. Okay. Aber hier in diesem Bereich ist absolut gern nix, oder? Ich sehe hier absolut gern nix. Ne. Hier ist definitiv nix. Ah. Gut. Dann machen wir, würde ich sagen, weiter einfach mit der Mission. Na gut. Deine Art wurde Sprung. Jawohl. So. Da ist ne Wache. Ui. Das ist ja nicht so schön. So. Da ist auch noch einer. Komme ich hier bitte nach oben? Äh. Scheiße. Wo ist die eine Wache hin? Äh. Da. Mann. Also irgendwie gehst du mir ganz schön auf die Nerven. Du auch. So. Äh. Ja. Ja. Jetzt bist du dran. Okay. Äh. Machen wir zuerst das da vorne. Ach, warte mal. Liegt der Typ da noch? Äh. Ah, Mist. Deswegen hätte ich ja gerne noch mal ein Fall geholt. Kann ich den? Geht das? Ist ein bisschen zu weit vielleicht entfernt, aber man kann es ja mal versuchen. Yay! Geil. Ach, das feier ich. Das ist einfach nur... Ach, nee. Nicht Munition. Das ist was einzusammeln. Ai. Huch. Kurz mal das Gleichgewicht verloren. Das war eine Woche. Das war... Ah, 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 ah. Ist das ein Dicker? Äh, das ist ein Dicker. Ich bin nicht Fall und Bogen. Ist ja leider kein One-Hit. Geht mal hier hoch. Ui. Kommt der auch noch wieder hierher? Mensch. Natürlich sieht der mich auch direkt. Was ist der? Unterwerfen ist hier nicht. Ist auch nur einer. So. Und hier. Zack. Und zack. Was macht dieses Geräusch? Nö. Was liegt an? Was hast du vor? Warum bist du noch hier? Ich weiß, dass du immer noch im System bist. Ich finde dich. Und dann werden dir deine Bruderschaftsfreunde nicht helfen können. Okay. Keine Sorge. Wir verbergen deinen Standort vor Dominika und streuen falsche Treffer in dutzenden Erinnerungen. Sie wird dich nicht finden. Offisch. Triangulation für die letzten Fragmente läuft. Dominika plant irgendwas. Der Timer ist vorbei. Jo. Dann machen wir das noch da vorne und dann werde ich den Part beenden, glaube ich mal. Jo. Nehmen wir das noch mit. Ich dachte schon jetzt eigentlich, die schickt mir jetzt einen Jäger auf den Hals. Aber zum Glück ja doch nicht. Äh. Ja. Nee. Nee. Gut. Jemand da oben? Nö. Alles soweit. Lea. Okay. Von hier aus geht's nicht. Das waren die letzten Proofs. Der Hafen wäre sicher. Auf zur Festung. Gut. Bevor wir da aber hingehen, beende ich ab hier in diesem Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Nexus VR wieder. Haut rein, Leute.